Sherbet Fontaine, Natural Colors and Flowers. Was soll jetzt damit sein? Flavors, nicht Flowers. Was ist denn Sherbet Fontaine, Candyland, Sherbet with a Lickwise Dip oder eines? Was ist denn Sherbet? Was bedeutet Twist? Halt mal! Kannst du noch nicht sagen, was du haltest? Gib mal her. Zähne. Was bedeutet Twist? Drehn. Oh. Ich krieg das nicht auch. Hilf! Ich hab's nicht. Twist to open. Twist to open. Ach so! Das ist wie dieser Fuß, wo man dann so reintunken kann. Keine Ahnung, meine Hände ruft. Ist auch schon wieder so... Oh Gottes Willen! Wie kommt das denn? Einfach aus die Lakritze! Oh Gott! Damit hätte ich erst am wenigsten gerechnet, welcher ich bin. Oh ja! Ah! Na ja! Ich hab Angst, es nervt mich. Es glätzt fest. Hey! Hm! Ja! Er hat mir jetzt gezeigt, was man machen muss. Vorsichtig öffnen. Mehl. Ernsthaft? Noch mehr Mehl. Lakritze. Oh! Einem Stück Kreide. Ah! Ah! Was ist das? Kein Mehl. Wie bitte? Kein Mehl. Oh Gott. Was ist das denn? Chlor? Das sieht aus wie so ein misslungenes Bio-Experiment. Geht. Lecker. Und hart. Und das hier. Das ist kein Mehl. Kann's machen. Ein Stück auch an. Was meinst du? Die Scherbe. Was ist das? Glaubst du, das ist keine gute Idee? Ich hab vorgehört. Oh, nie wieder. Was denn? Und jetzt in der Kratz rein! Oh mein Gott, das sprudelt wirklich! Oh! Was ist das? Das ist eine Kratze. Ach so, um Gottes Willen. Und steck das wieder rein. Und deck das wieder ab. Und steck das wieder rein. Schmeckt lecker. Schmeckt lecker. Bäh. Oh mein Gott! Boah, er lacht sich aus der Gewalt! Guck mal! Das war... Boah! Cool! Hätte ich nicht gedacht. Boah! Ja, Salatze. Man kann davon nie genug kriegen. Ah! 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 Es geht nicht mehr zu! Hilfe! Oh mein Gott! Hilfe! Oh mein Gott! Warte, ich hab hier doch alles drinnen. Reicht. Hier. Also ich glaub, ich würde es lieber mit einem Gummibärchen essen. Mach man das ja quasi jetzt... Ich mach jetzt einfach mal so 2.0. Was ist das für die anderen Kinder denn? Also... Oh! Was ist das los? Oh! Wer hätte da mit gerechnet? Lecker, lecker. Ne, aber... Es ist wirklich nicht gut. Also... Muss jetzt nicht sagen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns ein Like und abonniert uns. Und ich kann das nur empfehlen. Wo kauft man das? In Ecke. Dann fahrt nach innen und kauft das. Ich kann es nur empfehlen. Sieht aus wie ein Senftube, aber trotzdem. Ich kann es nur empfehlen und... Was sagst du? Lecker. Also...